Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Kurzen Ausblick noch auf Großbritannien. Heiko, du wirst ja vor Ort sein, wenn wir von vor Ort sprechen. Wir gucken uns auch noch die Bilder an, die du mir gestern geschickt hast. Dass wir sehen ein paar Erinnerungen von Heiko Wasser aus Kanada. Ja, sag mal kurz ein bisschen was. Ja, der steht am Flughafen, das ist ein Mountie, also ein Elch, als Mountie verkleidet. Steht, glaube ich, im Duty-Free-Shop. Den durfte ich aber nicht mitnehmen, weil den kriege ich nicht ins Handgepäck. Ich habe aber kleine Elche mitgenommen für meine Hunde, weil die kriegen ja immer was, wenn ich nach Hause komme. Und da hatte ich dann immer was im Koffer. Aber ich glaube, viel spannender ist, ich habe dir noch ein Foto, das ist das Fußballstadion, oder das Olympiastadion, was 1976 gebaut wurde. Was, glaube ich, zwei Jahre später schon nicht mehr funktioniert. In diesem, was so aussieht wie eine Skischanze, da ist die Seilkonstruktion drin, mit der das Dach aufgehen soll. Das ist jetzt schon kaputt. Also da hat man, wie so vieles in Montreal, ich liebe diese Stadt, aber es gibt kaum eine große Stadt auf dieser Welt, wo so viele Dinge kaputt sind wie da. Vor allem die Straßen. Da habe ich, glaube ich, noch eins euch geschickt von unserer alten, guten Sprecherkabine, die der Marc auch noch kennt. Neben der Wall of Champions, da war die Sprecherkabine, das sind alles, das sind drei Reihen Container, die man übereinander gebaut hat, mit Holztreppen zusammengezimmert. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das hat man ja letztes Jahr dann geändert. Jetzt sind die Sprecherkabinen über der Boxengasse. Und das andere war einfach nur gerade die Totale vom Montréal, also von dem höchsten Berg der Stadt. Aber das war immer ganz schön, da zu sitzen, war man da wirklich direkt die letzte Schikane. Und da haben wir ja oft genug auch Autos gesehen, die dann über den Körb abgehoben sind und dann mit etwas Glück doch rechtzeitig landeten, dass man auch irgendwie einlenken konnte vor der Wall of Champions. Schöne Bilder, die Kai uns mitgebracht hat. Sorry, jetzt bist du natürlich auch vor Ort. Marc, du bist auch. Also ihr trefft euch dann quasi eigentlich in Silverstone dann. Was können wir in Silverstone erwarten, bevor wir bei Marc die Lichter vollständig ausgehen? Ich denke, es werden viele wieder neue Teile bringen. Das ist typisch für Silverstone, dass man da neue Teile mitbringt. Aber ich denke auch nicht, dass es große Verschiebungen geben wird. Aber wir haben doch wieder ein Quali-Sprint. Nee, das haben wir erst in Österreich wieder ein Sprint. Ah ja. Ich habe heute noch extra die Termine nämlich zusammengestellt und deswegen habe ich da auch gesehen, dass wir in Österreich erst wieder ein Sprint haben. Also in Silverstone haben wir keins. Aber letztes Jahr hatten wir einen in Silverstone. Ja eben, deswegen war ich jetzt der Meinung, wir haben es wieder, ja. Wir haben das ein bisschen variiert. Was tippt ihr, wenn wir die Nase vorne haben? Also wird Ferrari da zurückschlagen können oder ist das eher wieder eine Glanzstrecke für Red Bull? Also kann Verstappen seine WM-Führung da noch weiter ausbauen oder Überraschungssieg oder Podium für Mercedes? Also man geht auf jeden Fall mal mit sehr viel Spannung da rein. In eins dürfen wir nicht vergessen. Letztes Jahr hatten wir dieses Duell direkt nach dem Start. Verstappen gegen Hamilton und dann den Abflug in Kops. Und das war ja nun wirklich eine Stelle, wo man extrem schnell ist. Und da werden sicherlich alle dran denken. Da gab es dann nachher auch jede Menge Diskussionen. Da wurde am Funk wild hin und her gefunkt. Da wurden Strafen gefordert und Strafen quasi bei Michael Masi schon vorauseilenden Gehorsam versucht zu verhindern. Dann gab es hinterher die Szene, dass Verstappen im Krankenhaus war. Und Louis hat zelebriert, hat dann seinen Sieg gefeiert. Das sorgte für viel böses Blut. Die Boulevardpresse in England wird das, glaube ich, alles wieder ausgraben und wird das alles wieder aufs Tablett bringen, damit wir da auch dementsprechend wieder viel Öl im Feuer haben in den Tagen vor Silverstone. Also ich bin sehr gespannt auf Kops 2.0 dann dieses Jahr nach dem Start. Und Heiko ist vor Ort zusammen mit der gesamten RTL-Mannschaft. RTL überträgt das Rennen in Free-TV wieder. Marc, was erwartest du, wen siehst du vorne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich ist Ferrari auf jeder Strecke gut. Also es würde mich wundern, wenn wir nicht Ferrari auf Pol hätten. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de und die Sendung in vollen Länge gibt es auf die Sendung in Google. Und das war jetzt schon so. Und da, glaube ich, es ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, es ist ja auch schon gesagt. Nachdem Sie das? Ich bin da, glaube ich euch nicht. Wir haben die Sendung in vielleicht auch schon gesagt. Und wenn ich mich